Hallo Leute, heute zeige ich euch den vierten Drahten einer Lego Stadt und darum soll es nicht gehen, sondern um zwei coole Sachen. Die erste ist, es wurde größer hier im Weltall. Jetzt haben wir auch ein kleiner Space Shuttle und mehr Satelliten. Das ist das erste und das zweite finde ich noch cooler. Wir haben jetzt hier einen Surfer. Der Einbrecher will in den Waggon. Ja und das. Hier habe ich mir ausgedacht, es soll so ein Renn-Team sein. Hier, du hast zur Rennstrecke fahren, das soll befestigt sein, soll nicht runterfallen und hier wird gerade das Formel E Auto zur Strecke transportiert, was noch nicht existiert. Und der Steinbruchbohrer fährt jetzt hier einfach zum Steinbruch. Wird vielleicht nicht das beste Navi, weil er hier ist. Und beim Zug ist alles so wie vorher. Hier ist der Startort, der Titanic. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Das Hochhaus war auch schon vorher da. Ja. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann tschüss. und